Heute nehme ich hier im Garten etwas windgeschützter meine Gedanken auf. Es ist sehr spannend. Ich möchte mich bei allen bedanken für die Rückmeldungen. Ich habe in den letzten zwei Wochen auf diese Kurzvideos unglaublich viele sehr nette Rückmeldungen bekommen und das bestärkt mich auch genau dabei, damit weiterzumachen. Denn das ist eindeutig etwas, was heute anders ist im Vergleich zu den ganzen Kapitalmarktverwerfungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. 2008 gab es zum Beispiel noch die ganzen Instrumente, angefangen vom Smartphone über die Internetverbindungen, gab es vieles nicht, was es möglich gemacht hätte, selbst in so einer kritischen Phase, in einem Shutdown, sehr, sehr nah bei den Kunden sein zu können und damit wir hier Themen diskutieren. Ich denke, dass diese Phase, für mich persönlich ist es auf jeden Fall durchaus auch ein Blick in einen Spiegel, auch ein Blick in so etwas wie ein, sagen wir mal, Beziehungsspiegel. Wenn die Strategien und die Themen, die wir besprochen haben, bis jetzt gepasst haben, dann können wir genauso besonders und nüchtern weiter kommunizieren wie bis jetzt. Weil eines muss man natürlich dazu sagen, seit 1929 haben wir mehr als 39 Kapitalmarktrückgänge gehabt. Das heißt, das, was derzeit hier stattfindet, ist im Grunde nichts Außergewöhnliches. Das ist fast 40 Mal in 100 Jahren passiert und die Schwankungen der Kapitalanlagemärkte sind da, werden auch immer bleiben. Das heißt, entscheidend ist immer wieder, dass wir die Strategien in Ruhe besprechen können. Wie schaut das individuell aus? Deswegen kann man das auch nicht pauschal sagen, dass für alle eine Strategie richtig ist. Und erst mit diesen Strategien können wir dann feststellen, wann sind sogenannte Einkaufszeitpunkte, wann sind möglicherweise sogar Ausstiegszeitpunkte. Und was wenig Sinn macht, ist die pure Spielerei zu sagen, wir zocken und kaufen tief ein und verkaufen dann hoch. Wo gehen wir damit hin? Die Frage stellt sich ja immer wieder. Und eines hat sich natürlich geändert, bis vor etwa zehn Jahren gab es immer wieder die Möglichkeit, wenn wir ausgestiegen sind, in höher Verzinste Anleihen zu gehen. Die Erträge möglicherweise dort zu parken und all diese Möglichkeiten haben wir heute in der Form nicht. Das heißt, wir müssen ganz andere Strategien fahren. Und deswegen ist auch jetzt in diesen Phasen ganz wichtig, dass wir darüber reden, diese Strategien diskutieren. Und ich bekomme auch Rückmeldungen, dass manche Kunden sagen, Herr Arnosch, ich schaue da gar nicht rein, ich vertraue Ihnen. Ja, aber genau deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam hineinschauen, damit wir passend zur Strategie auch sagen können, sind die einzelnen Elemente tatsächlich im Portfolio so sinnvoll, dass wir genau deswegen derzeit hinschauen, um dort nachzukaufen, sind manche Themenbereiche vielleicht sogar überholt, die wir bis jetzt schon überlegt haben rauszuschmeißen und spätestens jetzt machen wir es. Weil wir sehen, die haben keine Zukunftsperspektive. Nur weil etwas billig ist, heißt es nicht, dass es sinnvoll ist zu kaufen. Und nur weil etwas jetzt niedergeprügelt ist im Kapitalmarkt, heißt es auch nicht, dass man das rausschmeißen sollte. Aber wir müssen uns immer anschauen, wie schauen die Zukunftsperspektiven aus. Das sind also die Themen, die trotz Shutdowns immer wieder in den Telefonaten, in den Telefonmeetings rundherum bei mir auch kreisen. Und ja, ich teile diese Gedanken weiterhin gerne mit Ihnen, weil Sie ein Stück weit damit wahrscheinlich auch mich von einer anderen Seite kennenlernen, weil wir so in der Form über die letzten Jahrzehnte ja kaum kommuniziert haben. Und bin weiterhin offen dafür, wenn Sie Themen haben, Bemerkungen haben, Gedanken haben, dass Sie die mir schicken, schreiben, zukommen lassen. Und in den nächsten Wochen arbeite ich die auf und baue es in den nächsten Videos ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen gemütliche Tage zu Hause mit der Familie. Bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Untertitelung des ZDF, 2020